Wissen Sie in der Schweiz Wir sind hier. Wir sind hier. Wir sind Frankreich, wir sind Kanada, wir sind Vietnam, wir sind Portugal, wir sind Mexico, wir sind Egypt, wir sind Zimbabwe, wir sind Spain, wir sind Japan, wir sind Britain, wir sind Greece, wir sind Italien. Wir sind hier nicht nur die Geschichte, wir sind hier nicht nur die Geschichte. Lernen Sie kostenlos in der weltweit größten Pokerschule. Partypoker.net. Alle spielen mit. Montag um 22.15 Uhr. Extra mit diesen Themen. Der Karnevals-Check. Mann oder Frau? Wer ist freizügiger? Und wer betrügt eher seinen Partner? Und clever einkaufen und dabei die Umwelt schützen. Ja, aber ein Apfel aus China, ist das nicht übertrieben? Mag sein. Ich habe auch nicht gesehen, dass der aus China kommt. Wie Sie viel Geld sparen können und dabei auch noch Gutes tun. Montag in Extra um 22.15 Uhr. Heute. Die Show, die den Dingen auf den Grund gibt. Ist nur teuer richtig Bio? Wie gut ist günstiges Bio-Gemüse aus dem Supermarkt? Mehrfach Steckdosen im V-Test. Warum der Kabelsalat zu Hause lebensgefährlich sein kann. Und Katerstimmung im Karneval. Was hilft wirklich gegen den Schädel am Morgen danach? Wir machen den Test. Auch im Studio. Tine Wittler probiert Bier-Sorten. V. Die Verbrauchershow. Heute 19.05 Uhr. Mein RTL Wir machen keine Kompromisse. Der neue Mittwochabend. Eine neue Erziehungsmethode. Zähmt chaotische Teenager. Wir bleiben hier. Wir verhandeln nicht. Teenager außer Kontrolle. Ab in die neue Traumheimat. Es ist ein Traum, von hier wegzukommen. Aber so einfach ist das gar nicht. Ich habe keinen Bock mehr da drauf. Das ist halt ganz schön eine Hetze von da nach da. Umzug in ein neues Leben. Guten Abend. Herzlich willkommen bei Stern TV. Günter Jauch zeigt die Geschichten hinter den Schlagzeilen. Ganz nah am Leben. Der neue Mittwochabend bei RTL. Event-Kilo. Eine Misswahl, bedroht durch einen Eigentäter. Ein Fall für den härtesten Kopf. FBI, Sie halten sich da besser raus, Sir. Doch dieses Mal. Wir suchen jemanden, der undercover bei der Missfall hat. Braucht sie die Waffen einer Frau? Es ist völlig ausgeschlossen, dass jemand diese Frau in zwei Tagen in Schuss kriegt. Michael Cain. Ich habe sie in eine vollkommene Lady verwandelt. Benjamin Bratt. Und Sandra Bullock. In Miss Undercover. Heute, 20.15 Uhr.